Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns einen bevorstehenden starken Aufschwung bei ETH an, denn Ethereum könnte kurz vor einer Explosion Richtung 1750 Dollar stehen. Außerdem gucken wir uns an, warum Elon Musk darüber spricht, dass der Bitcoin kurz vor breiter Akzeptanz durch das Finanzwesen steht. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch den Krieg der Stablecoins an, denn der US-Dollar-Tether verliert weiterhin an Boden und der US-Dollar-Coin, USDC, profitiert immer weiter. Wenn dir diese Themen jetzt schon gefallen, dann lass doch gerne schon mal einen Daumen nach oben da und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall direkt erst mal diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Gucken wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem rund um ETH. ETH ist ja schon immer gefühlt die zweitgrößte Kryptowährung, die wir haben. In der Regel profitiert Ethereum maximal davon, dass der Bitcoin ansteigt und anschließend eine Seitwärtsbewegung zum Beispiel einleitet. Anschließend gibt es die sogenannte Altcoin-Season und die meisten Altcoins profitieren maximal davon. ETH scheint also eine entsprechende Korrelation aufzuweisen zum Bitcoin und nun sieht es gerade so aus, als könnte Ethereum hier in den nächsten Tagen und Wochen einen bullischen Ausbruch hinlegen. Jedenfalls gibt es hier einige Signale, die dafür sprechen und hier gibt es eben auch einige Trader und Analysten, die davon sprechen, dass das sehr wahrscheinlich wäre und ETH damit ein neues All-Time-High erreichen könnte. Wir haben es mitbekommen, dass ETH in den letzten Tagen die 1.280 Dollar überspringen konnte, eine wichtige Unterstützungszone. Dann ging es weiter mit dem Widerstandsniveau von 1.300 und 1.320 Dollar. Auch diese Zonen wurden überwunden und im besten Fall natürlich auch gehalten. Es ging weiter und der Bitcoin bewegt sich aktuell über 1.400 US-Dollar. Nun ist eben die wichtige Frage, ob ETH es hinbekommt, in den nächsten Tagen die 1.500 Dollar zu überwinden. Dann wäre es nämlich sehr wahrscheinlich auch laut dem Profi-Trader Michael von The Pop, dass also ETH die 1.600 oder sogar 1.700 Dollar erreichen kann. Die Frage ist also, wird es hinhauen und da müssen wir uns wahrscheinlich einige Tage noch gedulden, bis wir das tatsächlich sehen. Denn in der Regel war es so, dass diese Marke von 1.500 Dollar die quasi Grenze dargestellt hat. ETH ist in der Regel in der Vergangenheit da abgeprallt und konnte das Niveau da nicht mehr halten. Es gab also intensive Rückgänge. In dem Fall gehen wir davon aus, dass wir dann, falls es also nicht klappen sollte und wir die 1.500 US-Dollar nicht überwinden können, nochmal eine Korrektur von knapp 1.000 Dollar sehen werden. Aber es ist auf der anderen Seite eben auch wahrscheinlich, dass wir Richtung 1.750 Dollar steigen können. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Wir werden, wie gesagt, in den kommenden Tagen sicherlich miterleben dürfen, ob ETH es hinbekommt, ein neues All-Time-High hier aufzustellen und damit eben auch die Bestwerte zu übertrumpfen oder ob es dann wieder einen Rückgang geben wird und wir dann rund 1.300 oder vielleicht auch 1.200 US-Dollar pro ETH hier sehen werden. Was glaubt ihr? Wird ETH nochmal zurückgeworfen oder schafft es ETH nun, die Marke von 1.500 US-Dollar zu überwinden? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Schauen wir uns das zweite Thema an und hierbei geht es vor allem um Elon Musk. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen in den letzten Wochen. Elon Musk hat sich zum Thema Bitcoin geäußert. Er hat angefangen damit, das Symbol bzw. das Wort Bitcoin in seiner Biografie in Twitter zu hinterlegen, was schon mal super wichtig ist für den Bitcoin und für die Akzeptanz. Er hat darüber getweetet, dass es unvermeidlich war, obwohl er dabei den Bitcoin nicht direkt in Zusammenhang gebracht hat. Nun ist es so, dass er sich über die App Clubhouse mit verschiedenen Vertretern getroffen hat und dort also diskutiert hat. Und dort sagt er dann, dass es in der Zukunft eine sehr starke Akzeptanz geben wird. Um genau zu sein, sagt er, ich denke, dass Bitcoin eine gute Sache ist. Ich bin ein Befürworter von Bitcoin. Ich denke, Bitcoin steht kurz davor, eine breite Akzeptanz in der konventionellen Finanzwelt zu erreichen. Und das ist natürlich eine wichtige Aussage. Er ist nun mal der reichste Mann der Welt. Er kann Märkte von alleine bewegen, egal ob nun positiv oder negativ. Das haben wir in der Vergangenheit schon miterlebt. Ob es nun eben auch GameStop ist, wobei er das natürlich nicht alleine zu verantworten hat, oder eben auch Dutchcoin oder der Bitcoin. Wir sehen überall, dass Elon Musk die Möglichkeit hat, Berge zu bewegen. Und wenn solch eine Person und Persönlichkeit positiv über den Bitcoin spricht, dann werden sich eben viele Menschen damit auseinandersetzen. Sie werden diese Aussagen überall lesen. Und da werden sie sich natürlich die Frage stellen, was ist eigentlich der Bitcoin? Wie funktioniert der und warum glaubt der reichste Mann der Welt, dass das wirklich eine sinnvolle Sache ist? Und das zeigt natürlich auch, welche Macht er eben ausstrahlt. In dem Fall ist natürlich die Frage, ob er selber bereits mit dem Gedanken gespielt hat, in zum Beispiel den Bitcoins investieren, wobei er darüber spricht, dass er zu spät wäre und die Party verpassen würde, was ich persönlich nicht für realistisch halte. Denn wir sind nun mal noch Early Adapter. Das ist definitiv so. Und wenn wir jetzt eben entsprechende Positionen aufbauen, dann können wir langfristig davon immer noch profitieren. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ groß, dass wir eben Höchstwerte von über 40.000 Dollar in der Zukunft noch sehen werden. Und dafür braucht man dann am Ende natürlich entsprechende Positionen. Am besten natürlich mit Kapital, was man bereit ist zu verlieren. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So funktioniert das nun mal. Es ist natürlich am Ende trotzdem ein spekulatives Geschäft. Und jeder muss sich über die Risiken klar sein. Jeder muss darüber nachdenken, was er hier tut. Aber dennoch bietet das eben die ein oder andere Möglichkeit, bessere Renditen zu erwirtschaften, als es mit den meisten Aktien tatsächlich realisierbar wäre. Zum Beispiel hat sich auch James Toda, ein Partner bei Grey Matter Capital, zu dem ganzen Thema geäußert und sagte, einer der fortschriftlichsten Erfinder unserer Zeit hat Bitcoin verpasst. Auf Clubhouse erzählt Elon Musk gerade von einem Freund, der ihm im Jahr 2013 einen Kuchen in Form eines Bitcoins schenkte. Obwohl er spät dran ist, glaubt Elon, dass Bitcoin kurz davor steht, im Finanzwesen akzeptiert zu werden. Also auch hier gibt es keine Widersprüche. Elon Musk gilt nun mal als Visionär. Er gilt eben als eine der wichtigsten Persönlichkeiten dieses Zeitalters. Und damit hat eben auch seine Meinung ein entsprechendes Gewicht. Es ist wichtig, dass wir solche Aussagen hören. Und es wird sicherlich in Zukunft noch weitere geben. Wie gesagt, ich bin absolut davon überzeugt, dass Unternehmen hier den Bitcoin weiter in Betracht ziehen werden. Wir haben es bereits mitbekommen, ob es nun Square, PayPal oder auch MicroStrategy sind. Letztendlich gibt es immer mehr Unternehmen, genauso wie Guggenheimer, die sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen und versuchen, den Bitcoin zu verstehen, entsprechende Positionen aufzubauen, um davon zu profitieren. Und das kann langfristig eben uns allen zugutekommen, wenn wir eben früh genug das entsprechende Risiko eingehen möchten. Natürlich ist das am Ende natürlich seine eigene Entscheidung, was man hier tut. Trotzdem, obwohl wir solche positiven Kommentare nun gehört haben, ist der Bitcoin kurzzeitig ein wenig eingebrochen, in Anführungsstrichen. Das heißt also, wir haben hier nochmal einen Abschwung von knapp 3% sehen müssen. Trotzdem wird es wohl in der nächsten Zeit erst einmal wieder ein wenig nach oben gehen. Allein in den letzten 24 Stunden haben wir nochmal ein Plus von knapp 7% verzeichnen können. Und ich bin schon relativ optimistisch, dass wir in den kommenden Tagen dann auch wieder Richtung 38.000 US-Dollar unterwegs sein können und dann vielleicht sogar in den kommenden Wochen nochmal versuchen werden, die 40.000 Dollar zu überwinden, um dann gegebenenfalls an einem weiteren All-Time-High zu arbeiten. Wobei es aber nicht so wichtig ist, ob es nun im Februar, März oder April passiert. Ich persönlich wäre über ein sehr positives Ergebnis am Ende des Jahres absolut zufrieden und wäre glücklich damit. Was denkt ihr zu dem ganzen Thema und vor allem, was denkt ihr über die Aussagen von Elon Musk? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Gucken wir uns das letzte Thema an und hierbei geht es vor allem um den Krieg der Stablecoins. Es geht um Tether und es geht um den US-Dollar-Coin, USDC. Wir haben es ja mitbekommen, es gibt nun mal den ein oder anderen Stablecoin. Stablecoin, auch Facebook arbeitet immer noch an der Möglichkeit, hier im Stablecoin-Segment mitwirken zu können. Und nun sieht das so aus, als könnte der US-Dollar-Coin, der USDC immer weiter nach vorne preschen, als könnte also der USDC Tether hier immer weiter den Rang ablaufen. Man sieht relativ gut in der Grafik, woher eigentlich das Kapital kommt. Also wenn wir von Fiat-Währungen bzw. von Stablecoins reden, dann wird das quasi in allen Fällen in den Bitcoin investiert, um dann quasi das Ganze umzuschichten. Natürlich nicht immer, aber ich denke, das spiegelt schon ganz gut wieder, wie es hier eigentlich funktioniert. Und Tether konnte vor allem in den letzten zwölf Monaten extrem stark ansteigen. Wir sehen hier gerade eine Grafik vom 4. Februar 2020 bis zum 2. Februar 2021. Und wir sehen auf jeden Fall, dass hier unglaublich viel Kapital gedruckt wurde. Wir reden hier schon von über 30 oder fast 30 Milliarden US-Dollar. Und das ist schon eine Hausnummer. Da stellt sich aber weiterhin die Frage, ob Tether Limited das ganze Kapital überhaupt in der Hinterhand hält. Denn eigentlich muss natürlich jeder einzelne Dollar hier zurückgehalten werden. Er muss also abgesichert sein. Und das ist eben ein Problem, was wir bereits im Jahr 2018 gesehen haben. Die New Yorker Staatsanwaltschaft setzt sich seit dem Jahr 2018 mit der Frage auseinander, ob hier unlautere Geschäfte abgewickelt worden sind. Denn das Unternehmen und das Schwesterunternehmen iPhoenix, die betreiben letztendlich die Bitcoin-Börse BitPhoenix. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, gibt es hier gegebenenfalls irgendwelche Aktionen, die eben nicht legal sind. BitPhoenix soll zum Beispiel sich bei Tether knapp 850 Millionen US-Dollar ausgeliehen haben. Es gibt ja einige Dinge, die also geklärt werden. Am 20. Februar sollen oder müssen die letzten Dokumente von Tether Labs eingereicht werden. Und dann wird man sicherlich in der Zukunft miterleben können, was hier passiert. Der US-Dollar-Coin, der profitiert davon massiv. Es geht nämlich immer weiter in die Richtung, dass Tether hier die Marktkapitalisierung verliert. Und eben auch sein Standing. Man sieht es hier relativ gut. Es gab Anfang 2018 quasi keinen Konkurrenten. Nun sieht es aber relativ stark so aus, als könnte der US-Dollar-Coin hier immer mehr Marktanteil gewinnen. Das ist quasi die grüne Farbe hier. Es geht immer weiter in die Richtung. Und ich persönlich habe auch schon mit dem US-Dollar-Coin gearbeitet und finde, dass das genauso gut funktioniert wie mit Tether. In dem Fall aber vielleicht sogar ein bisschen schöner funktioniert bzw. sicherer ist, in Anführungsstrichen, weil der US-Dollar-Coin eben von Coinbase ausgegeben wird und in dem Fall also auch noch reguliert ist. Das Ganze hat nun mal einen etwas seriöseren Touch. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Es scheint nämlich so, als könnte der US-Dollar-Coin Tether dann irgendwann vom Thron stoßen. Das ist sicherlich eine Frage der Zeit. Vielleicht werden die beiden erst einmal auf der gleichen Ebene unterwegs sein. Aber erst einmal muss der US-Dollar-Coin hier einiges an Boden wettmachen. Und ich glaube, das ist in der Zukunft definitiv realistisch. Was denkt ihr über das ganze Thema? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall direkt erst mal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao! Ciao, ciao!